So, und das gibt es nächste Woche, ne? Das gibt es nächste Woche. Du bleibst hier drin. Nein. Du bleibst hier drin, ne? Das. Du auch. Das sind die Züge für nächste Woche. Da ist ein Taschgesprobe. Ah, jetzt ist er draußen. Du alter Lümmel, du. Ne, ne, komm. Du auch noch raus, wa? So, und hier ist noch einer wieder am Abbauern. Ihr alten Lümmel, du. Ihr sollt hier drinbleiben, nicht? Drauf wieder. Ihr sollt hier drinbleiben, nicht? Da ist er wieder draußen. Oh, Mann, oh, Mann. Und noch einer. Durch die Finger durch hauen sie ab, nicht? So, ja. Durch die Finger hauen sie ab, so, nicht? So, hier bleiben. Ab. Du haust mich nicht noch ab, ne? Du bleibst hier. So, wo sind jetzt die Abhauer? Ha? Wo sind jetzt die Abhauer geblieben? Hm? Da ist der Erste, ne? Komm mal her, du gehst wieder rein. Du, kleiner Taschenvogel, ne? Du gehst wieder ab. In Knast. Nicht hier abhauen. Hallo. Du bleibst da drin. Und wo ist der Zweite? Ha? Wo ist der Zweite? Abhauer. Wo ist er? Hm, sitzt da auf der Schulter. Du warst doch gar nicht, ne? Doch. Du warst das doch gar nicht. Du gehst aber auch da rein. Ne. Hier. Hopp. Ne? Doch. Und du bist ja mein spezieller Freund. Ne? Du bist mein spezieller Freund. Wohl, irgendeiner fehlt noch hier, ne? Hm? Du? Du bist mein spezieller Freund. Du? Alles gut, ja? Hm? Du? Hm? Du darfst draus... Aha! Da ist er, der Zweite Taschenvogel. Na, 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 na. Da ist der Zweite Taschenvogel. Nein! Ab! So, jetzt ist er wieder da da.